Die Mondfaser-Zeiger weg. Achtung! Warum müsstest du sie jetzt abmontieren? Die letzte Restauration war 1983. Der Zahn zeigt dann nackt und nackt und es korrodiert. Die Gefahr, dass etwas so kaputt geht, dass man es nicht mehr als Originalteil restaurieren kann, ist einfach gross. Wunderbar! Es ist sehr gut gelaufen. Aber jetzt ist erst ein kleiner Teil durch. Und der zweite und der dritte Teil kommt dann noch mit Flicken, mit Restaurieren und am Schluss wieder mit Zusammenbauen. Und wenn dann alles wieder stimmt und der Vollmond darauf wieder zur richtigen Zeit Vollmond hat, dann ist es gut.